S. Pomme, Grusel im Gashaus, Sherlock Holmes, die galaktischen Fälle, Folge 17, nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle, erzählt von Rupert Pichler. Hier war ich schon einmal, bemerkte Tornot, aber es gefällt mir noch immer nicht. Würden Sie auch die Güte besitzen, uns zu erklären, warum Ihnen in dem beheizten Glashaus hier nicht wohl ist, erkundigte sich Sherlock Holmes, der neben ihm her spazierte. Das ist kein Glashaus, sondern eine überkuppelte Stadt, korrigierte ihn der erste Offizier. Die Atmosphäre auf dem Planeten TUI 700e ist leider nicht so angenehm wie bei uns daheim, was bei 100 Lichtjahren an Entfernung auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Nun seien Sie mal nicht so pingelig, monierte Dr. Watson. Ich fühle mich auch wie ein Goldfisch in einem Kugelglas. Mit ausladenden Gesten zeigte Tornot auf die begrünte Anlage, durch die sie gerade schritten. Zeigen Sie mir das Kugelglas, in dem ein Goldfisch solche Bäume und Büsche sein Eigen nennen kann. Nun erregen Sie sich doch nicht gleich so, riet ihm Holmes und richtete sich seine grüne, farblich zu Flora passende Krawatte zurecht, nur weil wir Ihnen unsere Impressionen mitgeteilt haben. Das bleigraue Gebäude vor Ihnen, inmitten des künstlich angelegten Waldes, bot eine Rolltreppe zum Eingang, hinter dem eine Frau, vermutlich die Sekretärin, an einer Konsole saß, an welcher sie ein Computergame spielte. Auf dem Monitor vor ihr mussten auf Palmen kletternde Affen mit Lianen gefesselt werden. »Das ist sicher der Vorzimmer, Zerberus«, wisperte Tornot Sherlock Holmes zu. »Dafür hätte ich die Lady nicht unbedingt gehalten«, wisperte Dr. Watson. Beim Heranrücken der drei Fremden schaltete sie ihr Spiel ab, lächelte liebenswürdig, allerdings handelte es sich um ein falsches Lächeln, ein bis zum Zahnfleisch entblößtes Gebiss. »Sie müssen von der Galaktischen Union sein«, erkannte sie und schloss ihre tiefrot geschminkten Lippen wieder. »Japp, dafür kriegen Sie glatt die volle Punktezahl. Wir werden schon vom Stadtoberhaupt erwartet«, klärte sie Tornot auf. »Einen Augenblick«, zirpte die zierliche Sekretärin, welche ein enges Kleid mit einem Schachbrettmuster trug. »Ich muss Sie erst bei unserem Obersten, Mr. Overgrunge, anmelden.« Schnell tippte sie auf ihrem smarten Armreif ein und nickte den drei Gästen dann zu. »In Ordnung, Sie dürfen eintreten.« Die große Flügeltüre hinter ihr öffnete sich und gab den Weg frei in einen weiträumigen, doch kaum überblühten Saal, der halb abgedunkelt wie der Zuschauerraum eines Theaters dahinter lag. Overgrunge, ein hagerer Mann in einem weißen Anzug, dessen Kragen und Manschetten schwarz abgesetzt waren, saß an einem achteckigen Tisch mit eingebautem Tablett, auf dem sich zwei Mannschaften von bulligen Sportlern auf zwei unterschiedlichen Ebenen zu bekriegen schienen. Das grelle Licht des Tabletts beleuchtete ihn geisterhaft. »Haben Sie schon was von unserem Nationalsport gehört?«, fragte er, ohne sich dabei zu seinem ihm angekündigten Gästen umzuwenden. »Cannonball. Toller Sport. Eine Kanonenkugelgroße Drohne wird abwechselnd von einer Mannschaft auf die andere angesetzt und versucht, einen derer Spieler zu eliminieren.« »Meinen Sie etwa töten?«, fragte Sherlock Holmes empört und eugte ebenfalls gebannt auf dem Bildschirm des Tabletts, wo gerade eine Horde in rot gekleidete Männer vor einer anfliegenden, plumpen Drohne flüchtete. »Nein, nur ein wenig betäuben,«, grinste Overgrunge und goss sich aus einer großen Flasche ein Glas voll giftgrüner Flüssigkeit ein. »Außer, er fällt unglücklich hin, aber jeder Sport fordert seine Opfer.« Tornot stellte sich direkt neben ihn und tippte ihm auf die Schulter. »Entschuldigen Sie, dass wir Sie bei Ihrer hochwichtigen Beobachtung einer stupiden Sportveranstaltung stören, aber immerhin waren es ja Sie, der uns um Hilfe bat, Mr. Overgrunge.« »Ich habe nicht gebeten, sondern er sucht, dass diverse Ungereimtheiten, die sich hier abspielen, abseits des Sports, aufgeklärt werden,« sagte dieser und trank sein Glas auf X aus, befüllte es jedoch sofort wieder. »Warum trinken Sie nicht gleich aus der Flasche? Das würde Ihnen die Mühe des Einschenkens zersparen,« schlug ihm der Doktor im ironischen Ton vor. »Mir gefällt das Kling-Kling-Geräusch, das der Flaschenhals verursacht, wenn er an den Glasrand gerät,« scherzte Overgrunge, wobei er die Lippen zurückzog und ein sardonisches Grinsen entstand, das dem Lächeln seiner Sekretärin ähnelte. »Der schüttet Alkohol in sich hinein, als ob dieser Morgen rationiert werden würde,« bemängelte Dr. Watson leise. »Menschliche Körperteile tauchen immer wieder an unerwarteten öffentlichen Orten auf. Doch das muss nicht auf ein Verbrechen hindeuten, denn sie werden gezüchtet, um als Ersatzteil im Falle eines Unfalls dienen zu können.« Dieser Erläuterung ließ Overgrunge wieder einen langen Zug aus dem Glas folgen. Danach sah er tonert an und grinste wieder breit. »Es hat allerdings etwas Schreckliches an sich, wenn auf einmal mitten auf dem Gehsteig ein menschlicher Arm liegt oder in der Wiese ein Bein steht. Das lässt auf eine gewisse Bedrohung doch unbekannt schließen.« »Aber bisher ist noch niemand ermordet oder verstümmelt worden,« versicherte sich Holmes. »Nein,« antwortete Overgrunge und blickte kurz den Detektiv an. Unter seinem Blut unterlaufenen Augen quollen die für Alkoholiker typischen Tränensäcke hervor. Dann widmete er sogleich seine volle Aufmerksamkeit wieder dem Spiel. »Doch meine angeborene Antizipation winkt mir in meinen Albträumen damit zu. Sollte es also im schlimmsten Fall in der Realität dazu kommen, wäre ich als Oberster der schönen Stadt TOI 700 City mitverantwortlich, weil ich es nicht verhindern konnte.« »Hm, haben Sie schon Ihre eigene Sicherheitswache davon in Kenntnis gesetzt?« erkundigte sich Tornut, welche nun ebenfalls, allerdings unmerklich, auf die Geschehnisse auf dem Tablett schielte. »Natürlich,« entgegnete der Oberste und trank sein Glas bis zur Neige aus. »Allerdings erfolglos. Sie konnten weder feststellen, wann die Teile von wem abgelegt wurden, noch welcher Zweck damit verfolgt wird. Nur das Wo steht außer Frage. Immer öffentliche Orte, die bei der Bevölkerung sehr belebt sind.« »Sie sehen doch auf Ihrem lebenden Bild auf dem Tisch das martialische Spiel. Warum nicht auch den oder die Täter bei deren Umtrieben?« forschte Holmes streng. »Wie urkomisch Sie sich ausdrücken. Kann es sein, dass man sie aus der Vergangenheit ins Jetzt geholt hat?« schätzte Overgrunge, der nichts Eiligeres zu tun hatte, als ein Glas neu zu befüllen. »Und selbst, wenn es so wäre, beantworten Sie die Frage,« forderte ihn Tornut auf. »Ja, sicher habe ich Kameras an allen wichtigen Plätzen aufgestellt, doch die haben den oder die Täter zu filmen verweigert,« erklärte Overgrunge und besah sich Holmes von oben bis unten. »Es scheint entweder ein Technik-Nerd am Werk zu sein oder ein böser Geist aus einer anderen Dimension.« »Ich schätze, Sie kommen aus dem 19. Jahrhundert, richtig?« »Ja, Mr. Holmes stammt aus dieser Zeit, aber sein Verstand ist scharf wie ein Lasersäbel«, zischte Tornut leicht verärgert. »Wenn ich es als erster Offizier der Ultimo I nicht besser wüsste, würde ich bei der ganzen Sache ja auf ein Delirium Tremens tippen. Doch ich nehme an, die Körperteile wurden auch von Abstinenten gesehen.« »Selbstverständlich. Ich selbst hätte solchen menschlichen Puzzles ja gar keine Aufmerksamkeit gewidmet,« schnarrte Overgrunge und starrte wieder gebannt auf das Spiel. »Ha, einer hat's erwischt.« »Ich sehe schon, mit Ihnen kommen wir nicht weiter,« stellte Tornut indigniert fest und stapfte Richtung Ausgang. »Übrigens«, rief im Overgrunge nach, »was ich trinke, ist alkoholfreier Alkohol. Meine patentierte Erfindung. Das Blut verweigert die Aufnahmen der Promille.« »Na, hoffentlich haben Sie auch an Ihre Leber gedacht,« merkte Dr. Watson noch an, ehe er sich Tornut und Holmes anschloss und den Raum wieder verließ. Ruckartig wandte Overgrunge seinen Kopf nach ihm um und zuckte damit, so als hätte er gerade von einem Unsichtbaren eine Ohrfeige verabreicht bekommen. Draußen richtete Tornut einige Fragen an die Sekretärin. »Sagen Sie, wie lange arbeiten Sie schon hier? Werden Sie gut dafür bezahlt?« »Haben Sie irgendwelche Beschwerden?« Sie lächelte wieder falsch und kurz. »Erstens, achtzehn Monate. Zweitens, ja. Drittens, nein.« Holmes sah zu Tornut und schüttelte kurz kritisch den Kopf, ehe er eine Frage an die Dame richtete. »Darf ich um Ihren Werten Namen bitten, schöne Lady?« Geschmeichelt beantwortete sie ihm mehr, als er fragte, aber alles, was er wissen wollte. »Mein Name ist Miss Gasking und ich führe den ganzen Laden hier praktisch. Alles läuft durch meine zarten Hände. Natürlich weiß ich auch, weswegen Sie alle hergekommen sind. Auch ich fand auf meinem täglichen Weg zu meiner Arbeitsstelle schon einen menschlichen Fuß, ein männlicher Fuß übrigens, denn die Zehennägel waren nicht lackiert.« Perplex hob Dr. Watson die Augenbrauen. »Wie absonderlich!« »Ich möchte noch die Einzelheiten sehen«, forderte Tornut und warf einen Blick auf den Bildschirm neben der Konsole, auf welcher prompt eine Liste erschien, die er sich konzentriert durchlas. »Interessant! Wirklich sehr interessant!« »Was denn?« Dr. Watson lukte neugierig über seine Schulter. »Die genaue Auflistung der Zeiten und Orte, wo man die Leichenteile, äh, die Körperteile gefunden hat. Eine Leiche gibt es ja zum Glück in dem Fall nicht.« »Noch nicht«, mischte sich Holmes ein. »Es könnte durchaus sein, dass jemand mit dem ganzen Unfug bezweckt, dass eine Leiche unauffällig verschwinden soll. Denn sobald man sich erst an das Auftauchen menschlicher Gliedmaßen gewöhnt hat, kann man wohl annehmen, dass die weiteren nicht mehr so genau untersucht werden.« »Na, jetzt schon«, versprach ihm Miss Gaskin. »Und wohin wurden all die bisher gefundenen Körperteile gebracht, Lady Gaskin?«, erlaubte sich Holmes mit ausgesuchter Höflichkeit zu fragen. »Soweit ich weiß, in die örtliche Pathologie. Sie finden diese, wenn sie einfach der weiß gepflasterten Gasse zwischen den Bergen folgen,« gab sie eine Wegbeschreibung ab. Sofort brachen alle drei dorthin auf. Vor dem Gebäude, das sich bleigrau von der grünen Umgebung abhob, führten einige Straßen und Gassen sternförmig weg, die sich wenig frequentiert zeigten. Eine Gasse wies die erwähnten weißen Pflastersteine auf, an beiden Seiten mit schönen, weißen, schwarzgefleckten Birken gesäumt, die eine lange Allee bildeten. An deren Ende stand ein unscheinbares, achteckiges, weißes Haus mit kaminroten Türen. Eine davon stand offen und gab den Weg zu einem engen Flur frei. Tornott, Holmes und Dr. Watson mussten hintereinander dahin schreiten, während sich über ihnen eine Deckenbeleuchtung nach der anderen einschaltete. »Welch lustiger Lichtspuk,« bemerkte der Doktor. »Nichts im Vergleich zu dem Körperteilspuk,« sagte Tornott. »Ach, da vorn ist ja schon einer in einem weißen Overall, der uns sicher weiterhelfen kann. Hallo, wir kommen von...« »Der Galaktischen Union,« führte der Mann in dem Overall den Satz zu Ende. »Miss Gasking hat mich schon informiert. Kommen Sie her, ich zeige Ihnen unsere bisherige Ausbeute. Mein Name ist übrigens Sussman und ich arbeite seit elf Jahren hier als Pathologe, aber sowas ist mir bisher noch nie untergekommen.« Hinter einer Glasfront lagen fein säuberlich aufgereiht die bisher aufgedauchten Körperteile. »Tsch«, machte Tornott. »Na, immerhin ist kein Kopf dabei.« »Ja, noch nicht,« grinste Sussman und strich sich über das haarlose Haupt. »Es sind bisher vier Beine, drei Füße, fünf Arme und nur zwei Hände. Und sie sind alle künstlichen Ursprungs, das habe ich nach eingehender Untersuchung eindeutig festgestellt. Falls einer von Ihnen Arzt ist, kann er das gerne nachprüfen.« »Ich bin Arzt,« meldete sich Dr. Watson mit unverhohlenem Stolz zu Wort. »Und waren Sie auch mal Patient?«, fragte Sussman interessiert. »Es heißt nämlich, dass Ärzte im Allgemeinen schlechte Patienten sind.« »Ja, ich hatte leider einmal eine Kriegsverletzung. Was die Kugel des Feindes im Feld nicht vermochte, hätte im Nazareth beinahe der Typhus geschafft. Aber ich war hart im Nehmen.« Dr. Watson warf sich über diesen Triumph in die Brust. »Und ich kann mir schmeicheln, ein guter Patient gewesen zu sein. Eine junge Krankenschwester sagte damals zu mir, Dr. Watson, Sie sind mein Lieblingspatient.« »Haben Sie auch künstliche Körperteile, Dr. Watson?«, forschte Sussman mit steigendem Interesse. »Nein, aber ich kannte jemanden, der ein Holzbein hatte,« erinnerte sich der Doktor. Sussman verschränkte die Arme. »Ein Bein aus Holz? Nie gehört, was konnte denn das?« Einem verwunderten Blick ließ der Doktor die Antwort folgen. »Es konnte Tok-Tok-Tok machen, wenn sein neuer Besitzer damit herumging.« »Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?«, bei der Frage ließ Sussman seine Arme sinken. »Aber nicht doch, lieber Freund,« wertete der Doktor ab. »Ein Holzbein kann eben nichts anderes, außer dem Patienten sein verlorenes Bein mit einem lauten Geräusch beim Auftreten auf hartem Untergrund ersetzen. Was können denn Ihre künstlichen Körperteile, Dr. Sussman?« »Falls Sie die Teile hinter dem Glas meinen, die können gar nichts mehr, denn Sie wurden lang nicht mehr durchblutet,« erläuterte der Pathologe. »Aber sofern Sie zeitgerecht nach der Entnahme aus der Nährlösung transplantiert werden, können Sie ohne Schmerz durchs Feuer gehen, in kochendes Wasser tauchen oder auch eine Druckbelastung von bis zu einer Tonne unbeschädigt überstehen.« »Und welchem Labor entstammen diese fleischlichen Kunstwerke?«, erkundigte sich tornert. »Keine Ahnung,« zuckte Sussman die Schultern. »Sie wurden nicht markiert.« »Was ist Ihre Theorie zu dieser ganzen mysteriösen Angelegenheit, Mr. Sussman?«, wollte Sherlock Holmes von ihm wissen. Daraufhin musste der Pathologe laut auflachen. »Haha! Mysteriös finde ich das Ganze nicht. Eher ominös, im wahrsten Sinn des Wortes, von schlimmer Vorbedeutung. Jemand will die Leute einschüchtern, ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Doch es zählt meiner unbedeutenden Meinung nach gegen den obersten diesen alten Saufkopf.« »Na, immerhin sind Sie manns genug, die Wahrheit offen auszusprechen,« lobt den Tornert. »Sie halten die Sache also für politisch bedingt.« »Oh ja!«, nickte Sussman eifrig mit dem kahlen Kopf. »Und mein Rat wäre, den ehemaligen Gegenkandidaten zur Wahl zum Obersten aufzusuchen, einen Spinner namens Borodin, der wohnt in der Kastanienallee in einem palastartigen Bau aus roten Zegelsteinen.« Nach weniger als einer Stunde befanden sich alle drei in dem beschriebenen Palast und wurden von einem Roboter in der Eingangshalle empfangen. Ein beeindruckendes Exemplar von zwei Meter zwanzig, mit einem goldenen Brustschild, auf dem der Großbuchstabe B prangte, der einen klaren Hinweis auf den Besitzer darstellte. »Mein Gebieter ist sehr beschäftigt,« behauptete der Blechmann. »Wir auch,« herrschte in Tornert an, »und ein Teil unserer Beschäftigung ist, im Auftrage der Union herauszufinden, wer hier künstliche Körperteile über die ganze Stadt verteilt.« »Ich werde es meinem Gebieter mitteilen. Warten Sie hier.« Mit erstaunlicher Geschwindigkeit sauste der Roboter die Treppe hinauf, wo er hinter einer Metalltür verschwand. »Sie hätten nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen sollen, Mr. Tornert,« kritisierte ihn Holmes. »Jetzt wiederholt der Roboter ihre Worte dem Hausherrn gegenüber, worauf sich dieser nun die ihm nützlichen Antworten ausdenken kann. Ich setze in solchen Fällen immer darauf, nur wenig Information preiszugeben, die ich zudem nach und nach offenbare, damit der Befragte beim Antworten unter Druck gerät und sich womöglich widerspricht.« »Aha,« Nis Tornert ausatmend verlauten. »Danke für den ersten Teil des Lehrgangs. Wie werde ich ein Meisterdetektiv?« Oben tauchte der Roboter wieder auf. »Mein Gebieter lässt bitten. Kommen Sie herauf, oder soll ich Sie hochtragen?« »Wir bemühen uns selbst,« kündigte Tornert an und stieg schon eiligen Schrittes die steile Treppe hoch, gefolgt von Holmes und Dr. Watson, der beim Hochsteigen das Geländer zu Hilfe nahm. In einem mit rotem Teppich ausgelegten Raum, an dessen Fenstern violette Vorhänge hingen, empfing sie Boradon, ein athletischer Mann in seinen Fünfzigern, welcher auf einem thronartigen Eichenholzsessel saß. Neben ihm stand ein Marmortischchen, auf dem sich ein Schachspiel befand. »Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Häuschen,« begrüßte er seine Gäste und stellte den Kragen seines blütenweißen Hemdes auf, dessen Ärmel an seinen muskulösen Oberarmen spannten. »Kann ich Ihnen etwas anbieten?« »Nur die Antworten auf unsere Fragen,« entgegnete Tornert, »die Ihnen Mr. Holmes stellen wird.« »Nachdem Sie Ihr Roboter zweifellos schon über den Grund unseres Besuches informiert hat,« hob Holmes an, »können Sie sich bestimmt schon die Fragen denken, Mr. Boradon?« Der Hausherr lächelte und stand von seinem Sessel auf, wobei seine schwarze Hose über seine Lenden spannte. Er schien fast so, als ob er seiner Kleidung entwachsen würde. »Tja, die wie aus dem Nichts auftauchenden Körperteile beschäftigen uns alle. Daher machte ich mir auch meine Gedanken dazu. Ihre Fragen ziehen sich ja darauf an, ob ich etwas mit ihnen zu tun habe.« »Ja, der Gedanke kam uns auch ganz zufällig,« entkam es Dr. Watson. »Vor allem, weil Sie hier eine ziemlich große Nummer zu sein scheinen,« feigste Tornert, »ein Mann, der sich immer ins Geschehen einmischt.« »Bevor hier etwas geschieht, muss man erst einmal einen Antrag ausfüllen.« »Und bis dem stattgegeben wird, vergehen Tage unseres Kalenders ungenutzt. Und warum?« »Weil unser oberster es bevorzugt, dümmliche Sportveranstaltungen zu verfolgen und sich eine nach dem anderen auf die Lampe zu gießen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«, beschwerte sich Boradon, während er vor seinen Gästen auf- und abschritt. »Deshalb kann es durchaus im Bereich des Möglichen liegen, dass die Bürger ihren Protest darüber auf die eine oder andere Art ausdrücken.« »Was halten Sie nun von den aufgetauchten Körperteilen, Mr. Boradon?«, erkundigte sich Tornert ungeduldig nach seiner Meinung dazu. »Was soll ich davon halten?« Boradon kratzte sich demonstrativ am Hinterkopf, so als dächte er angespannt nach. »Der Mensch ist nur ein Rohstoff. Seine Einzelteile sind nur die einzelnen Bausteine dazu. Irgendjemand gibt hier deutliche Hinweise darauf, wie austauschbar diese Einzelteile samt dem Rohstoff sind.« »Und wozu?«, wunderte sich Dr. Watson. »Keine Ahnung. Um das herauszuklamüsern, dazu sind Sie erherzitiert worden.« Ein spöttisches Grinsen umspielte seinen Mund. »Übrigens, mich hat bisher noch keiner nach meiner Meinung gefragt. So gesehen war das eine Premiere.« Sherlock Holmes hob einen Zeigefinger. »Sie sprachen von der Austauschbarkeit des Menschen. Wenn ich Sie recht verstanden habe, Mr. Boradon. Sie meinen also, jemand will dem Obersten, Mr. Overgrunge, zeigen, dass auch er austauschbar ist?« »Exakt. Dieser Gedanke kam mir tatsächlich,« bestätigte Boradon und klatschte sich mit einer Faust in die offene Handfläche. »Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich meine Mitbürger zu ärgern beginnen, dass sie bei der Wahl ihr Kreuz an der falschen Stelle gemacht haben. Wenn es zu einer Wahlwiederholung käme, ginge ich als klarer Sieger daraus hervor. Davon bin ich überzeugt. Obwohl, wenn er so weiter säuft, dann macht er es ohnehin nicht mehr lange. Aber bilden Sie sich nur nicht ein, dass ich auf seinen Tod warten muss, um endlich an die Stelle zu gelangen, die mir von Rechts wegen eigentlich zusteht.« »Ist Ihnen klar, dass Sie mit dieser Aussage den Verdacht auf sich selbst lenken?« forschte Holmes, zu dessen Talenten es gehörte, menschliche Charaktere schnell zu durchschauen. »Sie beleidigen meine Intelligenz,« bemängelte Boradon und tippte sich mit einem Zeigefinger gegen den Kopf, dessen sprießende Haarpracht einer üppigen Berücke gleichkam. »Es ist logisch, als ehemaliger Gegenkandidat einen sehr offensiven Standpunkt gegen den Amtsinhaber zu vertreten. Meine Ehrlichkeit zwang mich förmlich dazu, Ihnen meine Ansicht über die seltsamen Körperteilverteilungen zu nennen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich auch der Auftraggeber bin. Es kann sich vielmehr um einen meiner zahlreichen Anhänger handeln, der mich endlich in Amt und Würden sehen will.« »Und wer käme dafür in Frage?« erkundigte sich Tornot. »Jemand mit Bezug zu einem Labor, wo die Dinge gezüchtet werden,« antwortete Boradon unverzüglich. »Mein Hauptsponsor war ein gewisser Mr. Alkinset, ein endlicher Wichtigtuer, der mich immer wieder mit diversen Anliegen heimsuchte, von denen er annahmig könnte sie für ihn in seinem Sinne erledigen.« »Und wo finden wir den alten Herrn?« »Oh, der wohnt nicht weit weg von mir in einer Hacienda im spanischen Stil. Ziemlich protzig, wenn Sie mich fragen. Als Haustiere hält er sich Stiere, die genetisch verbessert sind. Die verkauft er teuer an den Sportverband der horntragenden Vierbeiner für Wettkämpfe. Wenn Sie ihn besuchen, werden Sie die Viecher ja sehen. Aber geben Sie acht, dass Sie denen nur nicht zu nahe kommen. Sie haben Eckzähne wie Vampire,« warnte sie Boradon mit einem spöttischen Grinsen. »Danke für den Warnhinweis,« sagte Tornot und deutete auf das Schachspiel. »Ich habe auch eine Warnung. In nur zwei Zügen sind sie schachmatt.« »In nur zwei Zügen,« ächerte Boradon und setzte sich rasch wieder an das Marmortischchen. Der Roboter verabschiedete die drei und schloss geräuschvoll die Tür hinter ihnen. »Typischer Politiker,« erinnerte sich Tornot an Boradons Worte, auf dem Weg zu der betreffenden Hacienda. »Redet im Akkord und hört sich dabei selbst gern zu.« An der breiten Einfahrt zu dem spanisch gebauten Haus hielt ein drei Meter hoher Roboter Wache. Und zwar ein Kampfroboter mit einer Waffe, die an ein ehemaliges Flakgeschütz erinnerte. »Die hier ansässigen Gentlemen scheinen sich mit ihren Häusern und Robotern gegenseitig übertrumpfen zu wollen,« erkannte Dr. Watson. »Ja, wer Geld hat, der zeigt es hier ganz ungeniert,« teilte ihm Tornot mit. »Hallo, Roboter, wir kommen in Frieden von der Union und wollen dringend und unverzüglich zu Mr. El Conset oder auch El Consetto, wenn er lieber die spanische Aussprache hört.« Der Kampfroboter machte eine Bewegung, die einer Drohgebärde gleichkam und ein lautes Rasseln erzeugte. So wie das Warngeräusch, das Klapperschlangen von sich zu geben pflegen, wenn man sie aufscheucht. »Schon gut, Mickey Mouse,« erklang eine heisere Stimme über den Lautsprecher am Eingangstor, das sich langsam öffnete. »Lass meine Besucher passieren.« »Also wirklich,« schüttelte Dr. Watson den Kopf, »Mickey Mouse für das Monstrum ist ein sehr unpassender Name.« »Aber erinnern Sie sich doch an den kleinen Hund, denn Lady Widderthorpe immer auf dem Schoß sitzen hatte, mein lieber Freund,« fiel Holmes bei dieser Gelegenheit ein. »Den nannte sie immer Herkules, obwohl er nur wie eine zu groß geratene Ratte wirkte.« Innerhalb der Mauern der Hacienda wucherte tropischer Pflanzenwuchs und der Geruch von gegrilltem Rindfleisch stieg in die Nasen der hereinkommenden Gäste. »Mmm,« machte Tornut, »mir läuft der Speiche aus den Läfzen. Der Hausherr scheint zu wissen, wie man sich superb ernährt.« »Stimmt,« pflichtete ihm Holmes bei, »aber wir sind nicht zum Dinner eingeladen.« Aus der Pforte des Haupthauses trat ein alter, aber soignierter Mann mit einem Torero-Kostüm heraus. Mit stolz geschwellter Brust winkte er die drei Ankömmlinge heran. »Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Heim,« begrüßte er sie. »Sie neigen wohl zu Untertreibungen,« fiel Tornut auf. »Wir wollen nicht lange stören, Mr. Alconset, doch Ihr Nachbar, Mr. Borodon, verriet uns, dass Sie ein Labor betreiben, um Kampfstiere zu züchten?« »Ganz genau,« kam er erfreut zu. »Es handelt sich aber nicht um irgendwelche Stiere, sondern um die heiligen Apis-Stiere aus Memphis im alten Ägypten. Ich ergattete Ihr Erbgut aus dem Serapeum in Sakkara. Es war schwierig, aus den vielen mit Bitumen verklebten Knochensplittern in den riesigen tonnenschweren Sarkophagen die für das Klonen geeigneten herauszufiltern, doch es ist mir gelungen.« »Gratuliere,« sagte Tornut eher teilnahmslos. »Danke.« Der agile Kreis stellte sich in Siegerpose. »Wollen Sie einen davon sehen?« »Nein,« lehnte Dr. Watson schnell ab. »Wir sind nicht auf der Suche nach einem Kampfstier.« »Eigentlich kamen wir her, um Sie nach den anderen Züchtungen in Ihrem Labor zu befragen.«, kam Holmes zum eigentlichen Grund des Überraschungsbesuches. »Welche anderen Züchtungen?«, fragte Alconset perplex. »Ich züchte ausschließlich Stiere und natürlich auch die dazu passenden Kühe, damit ich nicht immer klonen muss, verstehen Sie?« »Es geht um die menschlichen Körperteile,« brachte es Tornut auf den wunden Punkt. »Ach, darum geht es,« meinte Alconset, etwas enttäuscht. »Sie denken doch hoffentlich nicht, dass ich etwas damit zu tun habe.« »Jetzt nicht mehr,« erkannte Holmes und blickte zu einem sich öffnenden Stalltor, aus dem ein riesiger Stier heraustobte. Rasant kam er über den weiträumigen Hof und wirbelte eine Staubwolke hinter sich auf. »Zurück, blink!«, schrie ihn Alconset an. Das Kommando des Herrchen schien zu wirken, denn der Stier drehte auf den Hufen um und trabte bereitwillig zurück in den Stall. »Na, Sie haben ja Ihre Haustiere ganz ausgezeichnet im Griff, Mr. Alconset,« lobte Tornut. »Ich bin praktisch Ihr Vater,«, tönte dieser heiser. »Aber zurück zu Ihrer unglaublichen Verdächtigung. Ich bin nun wirklich zu alt für derart kindische Streiche.« »Ja, aber nicht Ihr Alter ist der Grund dafür, dass Sie aus dem Kreis der Verdächtigen ausscheiden, sondern vor allem eine gute Menschenkenntnis,« erlaubte sich Holmes etwas Eigenlob. »Bravo!«, freute sich Alconset sichtlich und lächelte, wobei er ein goldenes Gebiss entblößte. »Mit wem habe ich die Ehre?« »Mit Sherlock Holmes. Und ich möchte die günstige Gelegenheit beim Schopf packen, Sie als erfahrenen Bürger dieser Stadt nach Ihrer Meinung zu dem kindischen Treiben zu fragen.« »Dazu müsste ich noch wissen, wer Sie in dieser ungustiösen Angelegenheit zu mir gesandt hat, denn ich könnte mir denken, dass jeder etwas damit zu tun haben könnte.« Alconset stemmte die Hände in die Hüften, als wäre er darüber sehr verärgert, so einfach denunziert worden zu sein. »Es war Ihr protziger Nachbar, Mr. Buridan,« plauderte Tornut vorwitzig aus. »Eigentlich gehört es ja nicht zu meinen vielen guten Eigenschaften, jemanden zu verpetzen, aber er scheint schon sehr undankbar zu sein, wenn er uns zu Ihnen, seinem großzügigen Hauptsponsor, schickt.« »Vor allem, weil ich gar nicht sein Hauptsponsor war. Das war nämlich Mrs. Crossford, Generalswitwe seit zwanzig Jahren und mit einem ewig jungen Aussehen gesegnet. Sie bewohnt die künstliche Insel inmitten unserer schönen Stadt, und sie ist Besitzerin eines der besten Labors für künstliche Körperteile. Es wundert mich, dass mein liebenswerter Nachbar Ihnen das verschwiegen hat. Daher schlage ich vor, die reizende Dame zu besuchen, denn so wie ich sie kenne, freut sie sich über männlichen Besuch, seitdem ihr Gatte das Zeitliche gesegnet hat,« referierte der alte Herr amüsiert. Die besagte Insel lag in einem künstlichen See und bot eine Fähre zum Übersetzen. Das Licht des Zentralgestirns, TOI 700, brach sich in der Glaskuppel über ihnen und erinnerte sie daran, dass sie sich auf einem fremden Planeten befanden. »Der Alte mit dem Kampfstierspläen hört sich aber auch gerne selber beim Reden zu,« monierte Thornott, der sich seine Silberuniform glattstrich. »Die Nachzüchtung dieser Apis-Stiere muss dem Greise einen Arm und ein Bein gekostet haben, wie man bei ihnen in England passend zu sagen pflegte. Und wie komisch der angezogen war, einen Geschmack haben manche Leute.« »Immerhin hat er uns einen wichtigen Tipp gegeben.« Dr. Watson lehnte sich an die Reling der Fähre und starrte ins glasklare Wasser. Und sein muskelbepackter Nachbar hat sich geirrt, als er uns auf ihn gehetzt hat. »Oder?« »Er wollte nur von sich selbst ablenken,« überlegte Holmes. »Warum sollte er sonst den Verdacht auf den alten Gentleman richten und auf seine beste Sponsorin vergessen haben?« »Schließlich gedenkt er doch, bei der nächsten Wahl wieder anzutreten. Dazu braucht er jeden Penny, auch den seines Nachbarn.« »Mit Pennys bezahlen die Leute hier nicht,« erklärte Thornott trocken. »Und warum hat uns der alte Stierzüchter zu dieser Mrs. Crossford geschickt? Vielleicht wollte der auch von sich ablenken, und Sie haben ihn zu schnell vom Verdacht ausgeschlossen, Mr. Holmes.« »Nein, ich kann mich auf meine Urteilskraft bezüglich der Gemeinheiten meiner Mitmenschen verlassen,« behauptete dieser ungerührt. »Vielleicht will der alte Herr auch nur der spendablen Freundin seines Nachbarns neue Männerbekanntschaften ermöglichen,« schätzte Dr. Watson. »Kann sein,« stimmte Thornott zu. »Möglicherweise ist er nicht nur ein großer Tierfreund, sondern auch ein Freund des weiblichen Geschlechts, dem er männliche Geschlechtsteile zuführen will. Gut, was?« »Also so sah er mir eigentlich nicht aus,« widersprach der Doktor. »Auf mich wirkte er sehr seriös und ehrlich.« »Und der eingebildete Borrodon sah richtig verkommen aus,« ärgerte sich Thornott, dem es missfiel, dass so jemand in eine hohe Stellung gelangen könnte. »Nein, ihr macht hungrig,« bemerkte Holmes und verließ die Fähre als erster nach dem Anlegen. »Solchen Leuten ist alles zuzutrauen.« Ein mit welkem Laub gepolsterter Feldweg führte zu einem hübschen Landhaus und dämpfte die Schritte der ankommenden Gäste. Auf die Veranda trat eine in zart lila rüschen Kleid gehüllte Dame mit wallendem, brünetten Haar und winkte freundlich. »Wer kommt denn da?«, fragte sie mehr rhetorisch, da die drei Abgesandten der Union ja schon in Sichtweite gerieten. »Wer ist da, Freund oder Feind?« »Äh, dürfen wir es uns noch überlegen?«, scherzte Thornott. »Entweder ihr seid für mich oder gegen mich.« Ihrem Antlitz war weder eine böse Absicht, noch ihr Alter zu entnehmen. Sie konnte alles zwischen 25 und 55 sein, da sie allerdings schon seit 20 Jahren Witwe war, schien letztere Zahl wohl wahrscheinlicher als erstere zu sein. »Für! Für!«, versicherte ihr Dr. Watson. »Dann seid willkommen!«, hauchte sie und zeigte auf eine Sitzgruppe auf der Veranda, die aus gelben Korbmöbeln bestand. »Nehmt Platz, meine Herren!« Alle setzten sich und ein kleiner Roboter kam mit einem Tablett herangerollt, auf dem sich vier Gläser mit blauer Flüssigkeit befanden. »Das ist gepresster Blaubeernensaft, eine hiesige Spezialität,« bot sie die Erfrischung an und nippte an ihrem Glas. »Mein verstorbener Mann hat ihn so gerne getrunken und mir von seinen Abenteuern erzählt und reden halten konnte er. Warten Sie, wie war die eine Rede? Ja, jetzt weiß ich's wieder. Wer sich seinen Kinderglauben bewahrt, in einer reinen, unbefleckten Brust und gegen das Gelächter einer Welt zu leben wagt, die er als Kind geträumt bis auf den letzten Tag, das ist ein Mann. Dieser Planet kann jederzeit vor Herausforderungen stehen, die ein Heer erfordern, dessen Soldaten tapfer jederzeit ohne Zögern zu den Waffen greifen, um uns zu schützen. »Wow«, nickte Tornot anerkennend. »Den hätte ich echt gern mal persönlich getroffen.« Dr. Watson lenkte das Gespräch wieder auf das Wesentliche. »Aber wir sind nicht bei Ihnen, um ihn posthum zu ehren, sondern wegen einer unangenehmen Angelegenheit, von der Sie sicher auch schon gehört haben, Mrs. Crossford.« »Ja«, langsam stellte sie ihr Glas ab. »Ich nehme an, Sie haben sich wegen der Leichenteile herbemüht.« »Aber, Mrs. Crossford, noch ist keine Leiche gemeldet worden«, teilte er Tornot mit, worauf er einen kritischen Blick Holmes kassierte. »Naja, ich meinte ja nur«. Dieser wandte sich mit englischer Noblesse an die charmante Gastgeberin. »Nein, verehrte Lady Crossford, es handelt sich um künstliche Körperteile, wie man uns erzählte.« »Ja, die erzählen viel, wenn der Tag lang ist«, keifte sie und setzte auf einmal ein böses Gesicht auf. »Wie ich diese Obrigkeit hasse, die uns alle mit sinnlosen Vorschriften beschränkt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Denn ich wollte zum Beispiel eine eigene Kuppel über meine Insel haben, damit ich innerhalb auch ein eigenes Klima herstellen kann, also zum Beispiel eine Winterlandschaft. Doch das wurde mir von diesem Promilleschluckspecht verwehrt.« »Und deshalb wollen Sie seine Abwahl erzwingen, Lady Crossford?«, vervollständigte Holmes ihre Rede in überzeugtem Tonfall. »Ja, äh, nein, nicht so, wie Sie sich das vielleicht denken. Ich habe mit diesen Körperteilen nicht das Geringste zu tun, obwohl ich ein Labor für die Zucht solcher nützlichen menschlichen Utensilien besitze. Doch niemand kann mir beweisen, dass die Teile aus meinem Labor stammen, weil sie das nicht tun.«, keifte sie weiter, ehe sie sich räusperte und einen anderen Ton anschlug, einen viel weicheren. »Sagen Sie, mein Herr, der sich so vornehm ausdrückt.« »Mein Name ist Holmes, Sherlock Holmes.« »Oh, wie selten, Sherlock, das zergeht einem ja auf der Zunge«, lächzte sie förmlich. »Nun, Mr. Holmes, ich bin eine vereinsamte Frau, die sich auf eine Insel zurückgezogen hat, um nicht von aufdringlichen Männern belästigt zu werden. Daher habe ich auch kein Interesse, mein Labor aufzusuchen und dort nach dem Rechten zu sehen. Sollten Sie etwa meine Angestellten in der Ahornallee verdächtigen, die Körperteile zweckzuentfremden, dann müssen Sie das schon allein übernehmen.« »Muss er nicht?«, erinnerte sie Tornot. »Wir sind ja zu dritt.« Appruppt erhob sie sich und zischte. »Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Sie, Supertrio.« Nach diesem rüden Rauswurf überquerte das Dreigespann erneut mit der Fähre den See, was sich allerdings nicht so einfach wie bei der Hinfahrt gestaltete. Hohe Wellen pflügten durch das Wasser und brachten das kleine Schiff arg zum Schaukeln. »Oh, weh«, ächzte der Doktor. »Ich glaube, ich werde seekrank und das auf einem See, der nicht einmal groß zu nennen ist.« »Es kommt nicht auf die Größe an«, wies in Tornot zu Recht. »Mir kommt es fast so vor, als würden diese Wellen künstlich erzeugt sein, denn das Wetter hier ist schließlich unter der Glaskuppel auch unter menschlicher Kontrolle. Ein Tsunami kann sich also nicht auf natürliche Weise abspielen.« »Sie meinen, die Ede-Dame will nicht, dass wir alle das rettende Ufer erreichen?« Dr. Watson sah ängstlich zu seinem Freund. »Holmes, was denken Sie?« »Dasselbe wie unser Mr. Tornot«, erwiderte dieser. »Und als Generalswitwe hat sie eventuell Zugang zu gewissen Waffen, von denen wir keine Ahnung haben.« »Das hat uns noch gefehlt«, stöhnte Tornot. »Eine liebeskranke Furie.« »Ach, Sie denken, die Lady hat sich in einen von uns verliebt?« Dr. Watson streifte sich seinen Anzug glatt und versuchte krampfhaft, sich auf dem wankenden Schiff halbwegs aufrechtzuhalten. »Aber in wen wohl?« »Tippe schwer auf unseren Meisterdetektiv«, deutete Tornot mit einem Daumen auf denselben. »Weil er sich gar so gewählt ausgedrückt hat.« »Es schmeichelt mir zwar«, gab Holmes schmunzelnd zu, »doch bezweifle ich, dass die reiche Frau aus Liebe handelt. Sie könnte doch unsere Ankunft in ihrem Labor zumindest hinauszögern, wenn nicht verhindern wollen.« »Freichheit«, bechauffierte sich der erste Offizier und klopfte sich auf die Brust. »Was fällt der jungen Alten ein, mich in einen Taifun zu schicken?« »Ja, uns doch auch«, erinnerte ihn der Doktor und klammerte sich schnell an der Reling fest. Auf der Fähre befanden sich noch andere Passagiere, die sich über das künstlich verursachte Naturspektakel gänzlich zu amüsieren schienen. »Haben Sie denn gar keine Angst, junge Dame?«, fragte Holmes eine Frau in einem blaugrauen Jumpsuit, die einige quietschende Kinder um sich geschart hatte. »Das ist doch nur der lustige Wasserrummel für unseren Schulausflug. Den bekommt man gegen Aufpreis«, klärte sie die Situation auf. »Kommt, Kinder, wir gehen ganz nach hinten, da spürt man die Wellen noch viel besser.« »Ach so«, hatte Tornutz ein Aha-Erlebnis. »So schnell kann man der Paranoia verfallen«, konstatierte der Doktor und sah zu seinem Freund. »Sugar Sie wären fast darauf reingefallen, Holmes. Ha! Ups!« Beinahe hätte er den Halt verloren, genoss aber dann doch noch die schlingernde Schifffahrt bis zum Anliegen. Beruhigt verließen sie die Fähre und stapften gemeinsam in Richtung der angegebenen Adresse des Labors der vereinsamten Mrs. Crossford, die sie ungerechtfertigter Weise der Liebeskrankheit verdächtigt hatten. »Sagen Sie, Mr. Tornutz, wie baut man diesen künstlichen Körperteil eigentlich?«, erfragte Holmes auf der idyllischen Allee. »Die braucht man doch nicht zu bauen. Sie wachsen aus gespendeten Körperzellen in einer Nährlösung heran«, klärte ihn der erste Offizier auf. »Ganz einfach, fast wie Schimmel auf altem Brot, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf.« »Hm, und wie lange benötigen die Körperteile, bis sie auf die erforderliche Größe heranwachsen?«, hakte Dr. Watson nach, der daran naturgemäß medizinisches Interesse hegte. »Zirka eine Woche«, kam knapp die Antwort, denn Tornutz wusste selbst nicht viel über die ganzen Einzelheiten solch genetischer Programme. Er konnte nur mit seinem Schulwissen aufwarten, das aber im Vergleich zu der Zeit von Holmes und Dr. Watson enorm groß war. »Und wie oft sind die verschiedenen Teile aufgetaucht?«, forschte der Detektiv, der sich über die offensichtliche Verschwendung von menschlichem Material wunderte. »Ich meine, in welchen Intervallen?« »Stimmt«, begriff Tornutz auf einmal und strich sich über die Stirn. »Jede Woche ist bisher ein solcher Körperteil auf Stellen erschienen, wo er so überhaupt nicht hingehört.« »Das bedeutet, jemand züchtet menschliche Ersatzteile und, sofern sie nicht gebraucht werden, legt sie öffentlich ab«, kombinierte Dr. Watson. »Nein, nein, sie verderben doch nicht«, stellte Tornutz klar. »Man kann sie bis zu einem Jahr in der Nährlösung kühllagern, bis man sie dann der Blutgruppe eines verletzten Menschen anpassen kann.« »Das kann also auch heißen, derjenige, der die Körperteile ablegt, kann sie zuvor aus einem Labor gestohlen haben«, reimte sich Sherlock Holmes zusammen. »Durchaus möglich, allerdings wäre dann bestimmt eine Diebstahlsmeldung erfolgt«, sagte Tornutz mit apodiktischer Sicherheit und hob dann mehrmals die Augenbrauen. »Außer, es herrscht in so einem Labor eine solche Unordnung wie im Kleiderschrank der hübschen Lura.« »Woher wissen Sie denn, wie es in deren Kleiderschrank aussieht?« staunte der Doktor und fügte empört hinzu. »Sie sind ja nicht mit ihr verheiratet.« »Och, reine Intuition«, verschämt, erröteten die Wangen des ersten Offiziers. »Was man auf einer gemeinsamen Reise so alles en passant erfährt«, konnte sich Holmes eine Bemerkung nicht verkneifen. »Sehen Sie«, versuchte sich Tornutz herauszureden, »Emotion ist ein integraler Bestandteil der menschlichen Erfahrung. Wir alle tragen sie in uns und versuchen ständig, sie um eine Nuance zu bereichern.« »Na, als hochrangiger Militärangehöriger sollten sie aber ihre Gemütsbewegungen im Griff haben, mein Bester«, ermahnte ihn Dr. Watson. »Schon, aber ich bin im Privatleben eben auch nur ein Mensch«, bedauerte er sich daraufhin selbst. Weitere Peinlichkeiten blieben ihm erspart, denn mittlerweile hatten sie das Labor Crossford erreicht. Er stellte sich als sechseckiges Glasgebäude mit gut leserlichen Großbuchstaben auf dem Dach heraus, in dessen Atrium eine weiße Couch vor einem Aquarium stand. Darin tummelten sich viele exotische, farbenfrohe Fische in einem türkisblauen Wasser, diese boten den Augen einen Ausgleich zu der Eintönigkeit der Einrichtung. Müde ließ sich der Doktor auf Couch fallen. »Pfff«, stöhnte er. »Diese langen Spaziergänge haben mich hungrig gemacht.« In dem Atrium erklang eine wohltuende Melodie, wie sie früher in Kaufhäusern das längere Verweilen und Geld ausgeben bezwecken sollte. Nur wenige Akkorde, doch die ließen den Doktor beinahe einschlafen. »Hey, Dr. Watson«, weckte ihn tornert auf und schüttelte ihn an der Schulter. »Ach, warum mussten sie mich wecken?«, meckerte er daraufhin. »Ich hätte gerade zu träumen begonnen.« »Von Mrs. Crossford?«, neckte ihn Holmes amüsiert. »Nein, äh, naja, sie war schon eine sehr attraktive Lady«, überlegte er. »Ja«, pflichtete ihm tornert bei. »Und das kostet sie auch eine Stange Geld. Aber sie hat's ja. Ach, manchmal denke ich, ich sollte den Militärdienst quittieren und irgendwo eine Arbeit beginnen, die auch für meine Träume genügend einbringt.« »Glauben Sie mir«, redete ihm Holmes ins Gewissen. »So ein Charakter wie Sie ist nicht dafür geschaffen, ohne den Duft der Gefahr auszukommen. Sie wissen tief in Ihrem Innern, Mr. Tornot, dass Sie ein Mann sind, der das Abenteuer sucht und immer neue Aufgaben zu bewältigen hat.« Zustimmend nickte er und erwähnte nicht ohne Stolz. »Und bisher habe ich mir ja schon einige Meriten verdient. Diese müssten sich nur noch in klingender Münze auszahlen, dann wäre ich restlos glücklich.« »Man kann aber nicht alles haben«, mischte sich Dr. Watson ein. »Warum nicht?« Nun stampfte er zornig auf, wie ein kleiner Junge, der seinen Nachtisch nicht bekommen hat. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Eine weißgekleidete, hochgewachsene Frau war inzwischen erschienen und erkundigte sich nach ihren Wünschen. »Ich hätte gerne einen Sandwich«, bestellte Dr. Watson spontan. »Dann sollten Sie sich in ein Restaurant begeben«, empfahl ihm die junge Dame schnippisch. »Wir sind von Ihrer Chefin, Mrs. Crossford, hergeschickt worden«, präzisierte Tornot. »Da könnte man eigentlich etwas Gastfreundschaft erwarten.« »Ach so«, säuselte sie und rief dann laut. »Robo-Frau, serviere nun Snack für drei Personen. Was darf ich sonst noch für Sie tun?« Nun ließ sich auch der erste Offizier auf der Couch nieder, während Holmes zur Sache kam. »Wir wüssten gern, ob sich in Ihrem Labor ein Diebstahl von menschlichen Gliedmaßen ereignet hat. Miss, äh...« »Klexton«, stellte sie sich vor und hob kurz bei dem Mundwinkel. »Nein, es gab keinen. Warum fragen Sie? Ach, Sie spielen auf die Sache mit den rätselhaften Körperteilen an.« »Genau so ist es«, gab Holmes zu. »Von irgendwoher müssen Sie ja stammen.« Eine Roboter-Dame mit einem ausdruckslosen Plastikgesicht kam herangestellt und kredenzte den Gästen ein Tablet, auf dem einige belegte Brote und drei Plastikbecher mit orangener Flüssigkeit standen. Dr. Watson und Tornot griffen begierig zu, doch Holmes zauderte. »Sie können ruhig auch etwas davon probieren, Sir«, ermunterte ihn Miss Klaxton. »Denn es ist nichts davon vergiftet, wie Sie eventuell vermuten. Das orange Getränk ist gefilterter Klobisaft. Die Klobis sind hier ansässige kleine Tiere, ähnlich den irdischen Ratten, doch haben sie unter ihrem graubraunen, verfilzten Fell eine herrlich schmeckende Chiletschicht.« »Vielen Dank«, lennte Holmes mit gerümpfter Nase ab. »Aber ich bin überhaupt nicht durstig. Mich quält auch kein Hunger. Nur die grässliche Ungewissheit, wann der nächste Körperteil wieder einen Menschen erschreckt.« »Ja, mich auch«, versicherte ihr Mampfen Dr. Watson. »Menschen sind so leicht aus dem seelischen Gleichgewicht zu bringen, wissen Sie, Miss Klaxton?« Zufrieden schmunzelte sie. »Aha, der Mensch ist eigentlich ein Auslaufmodell, doch seine Anpassungsfähigkeit hat ihn bisher vor dem Aussterben bewahrt. Das inkludiert auch seine Fähigkeit, sich einen neuen Menüplan anzueignen. Aber zurück zu ihrer quälenden Ungewissheit. Leider kann ich diese nicht so einfach abschaffen. Mir sind keine Details des Täters bekannt.« »Sie gehen davon aus, es handelt sich um einen Mann, Miss Klaxton?«, mampft der Dr. Watson weiter. »Das Getränk ist übrigens wirklich lecker, mein lieber Holmes.« Miss Klaxton sah von einem zum anderen. »Ja, meines Erachtens kommt nur ein männliches Gehirn auf die abstruse Idee, seine Mitmenschen mit eigens gezüchteten Gliedmaßen zu schrecken. Warum auch immer.« »Sind Sie noch nicht auf die Idee gekommen, Miss Klaxton?«, flüsterte ihr Holmes verschwörerisch zu. »Dass dahinter eine bestimmte Absicht steckt? Oder eine Botschaft? Für wen auch immer?« »In der Tat«, bejahte sie und rieb sich die Hände, als wäre ihr kalt, »kam mir schon so ein Verdacht. Es könnte jemand sein, der krankhaft um Aufmerksamkeit heischt. Allerdings kann ich mir dazu keine konkreten Namen vorstellen. Ich lasse nämlich nur angenehme Menschen in meine Nähe.« »Hm, manche können sich aber auch sehr gut verstellen«, mampfte der Doktor, der sich gerade über das letzte belegte Brötchen hermachte. »Und als Drohbotschaft fassen Sie das ganze Getue nicht auf, Miss Klaxton?«, fragte sie Tornot, der sich mit seinem Handrücken den Mund abwischte. »Nein, wirklich nicht, weil ich hinter weggeworfenen menschlichen Gliedern keine Drohung erkennen kann.« Ihr Gesicht zeigte den Anflug von Hochmut. »Wollen Sie sich jetzt durch die Kantinen aller Labore hier in TOI 700 City futtern?« »Also, was mich betrifft«, begann Tornot und erhob sich schnell, »dann kann ich Ihnen versichern, Miss Klaxton, ich bin schon satt.« »Ja, ja, ich ebenso«, stimmte der Doktor zu, unterdrückte einen Rülpser und stand auch auf. »Darf ich den Rat einer intelligenten Frau einholen?«, flüsterte ihr Holmes wieder konspirativ zu. »Und Sie fragen, was Sie an unserer Stelle jetzt tun würden.« »Das ist einfach«, lächelte sie überheblich. »Ich würde den arroganten Overcrunch in die Pflicht nehmen und ihm ins verquollene Gesicht trompeten. Sorgen Sie dafür, dass diese Untriebe aufhören, oder ich sorge dafür, dass sie nicht mehr wiedergewählt werden.« »Aber ich habe mich ja nicht darum zu sorgen.« »Jawohl, recht so. Jeder soll sich um sich selbst sorgen, dann ist für jeden gesorgt«, Liss Tornot belustigt verlauten und klatschte einmal in die Hände. »Also, wir danken Ihnen für Ihre kostbare Zeit, Miss Klaxton, sowie den erfrischenden Snacks und entfernen uns wieder.« »Leben Sie wohl«, rief sie Ihnen nach und winkte theatralisch ihr Goodbye. »Mir ist die Sache bereits klar«, verkündete Holmes, kaum, dass Sie das Labor wieder verlassen hatten. »Wirklich?« bezweifelte Tornot. »Und würden Sie mich vielleicht auch ins Vertrauen ziehen, wenn es Ihnen nicht allzu viele Umstände macht?« »Noch nicht, etwas Geduld. Denn zuerst benötige ich noch den eindeutigen Beweis. Lassen Sie uns erneut zu Mr. Overcrunch spazieren.« Holmes holte schon zu einem Schritt aus. »Nicht doch«, protestierte Dr. Watson mit verzweifelter Miene. »Können wir nicht zu einem motorisches Vehikel heranwinken oder eine Kutsche, die von mir aus auch von diesen Globys gezogen wird?« Widerwillig betätigte Tornot seinen smarten Armreif. »Also gut, ich rufe ein Taxi. Bezahlt ohnehin die Union.« Wenig später trafen sie alle wieder am Ausgangspunkt ein, dem bleigrauen Gebäude, in dem Overcrunch residierte, der immer noch an seinem Tisch saß und diesmal auf ein anderes Spiel sah. Diesmal schien es sich um eine Art von Reiterspiel zu handeln. Jockis saßen auf vierbeinigen Tieren, die wie sehr große Katzen aussahen. Die geschmeidigen Fellknäuel bewegten sich rasant auf einem Parcours, der mit Hindernissen gespickt war, wobei der eine oder andere Jocki aus dem Sattel fiel. Diesmal jubelte Overcrunch, der natürlich wieder ein volles Glas in der Hand hielt, überwältigt. »Haha, schon wieder einer, den es aus dem Sitz gehoben hat. Yippie!« Mit einem gezielten Handgriff blockierte Tornot die Live-Übertragung, sodass das Bild gefrohe und in der oberste mit einem strengen Blick bestrafte. »Bei Ihnen gewinnt wohl öfters der Egoismus, die Oberhand, über den gesunden Menschenverstand, was?« ätzte Overcrunch und machte eine wegwerfende Geste mit der freien Hand. »Und bei Ihnen der Alkoholismus, was?« häffte ihn Tornot in seiner Gestik nach. »Sie zahlen immer mit gleicher Münze zurück, was?« erkannte ihn der Oberste und leerte sein Glas. »Wie einfallslos!« »Mir fällt eine Menge ein, was ich Ihnen zu sagen hätte, mein Lieber!« brummte Tornot und holte schon tief Luft. »Gentlemen!« versuchte Dr. Watson zu vermitteln. »Wir sind doch keine Internatschüler mehr. Sie sollten nicht zu viel trinken, Mr. Overcrunch.« »Wie sagte schon Epictet? Scheinbar kennst du meine echten Schwächen nicht, sonst würdest du dich nicht darüber beschweren!«, mokierte dieser sich affektiert. Daraufhin schnippte Holmes mit den Fingern. »Ich kenne auch einen Sinnspruch von einem Franzosen, Chechere la femme.« »Sie haben einen großartigen Mensch zitiert, Mr. Holmes, von dem mir gerade der Name nicht einfällt, aber Zeit und Ort sind davon leider weit entfernt.« Der Oberste gähnte gelangweilt. »Genau darum geht es, Mr. Overcrunch,« belehrte ihn Holmes. »Mir ist bereits nach einigen Gesprächen klar geworden, wer für den gruseligen Spuk der verteilten Gliedmassen verantwortlich ist. Die Zeit ist reif, dem Spuk ein Ende zu bereiten, und mit ihrer Hilfe sollten wir die schuldige Person stellen. Nur der Ort ist mir noch nicht klar, doch wir sollten uns noch heute auf die Lauer legen.« »Und wie stellen Sie sich das vor?«, leipte der Oberste. »Wo soll ich mich hinlegen?« »Am besten in die Nähe eines Labors,« antwortete ihm Holmes mit einem zugekniffenen Auge. Die Nacht verbreitete ihre Dunkelheit auch unter der Glaskuppel, deren Straßen und Gassen allerdings von Laternen pittoresk erhellt wurden. Vier Gestalten tummelten sich abseits davon durch die grüne Botanik. Dr. Watson fiel hin, landete beuchlings auf hartem Untergrund und gab einen kleinen Schmerzenslaut von sich. »Puff!« »Das nennt man Schwerkraft,« teilte ihm Obergrunge mit höhere Schadenfreude mit. »Ist genauso wie dort, von wo Sie stammen.« »Ach, halten Sie den Schnabel,« schimpfte der Doktor. »Warum haben Sie sich nicht einen dunklen Anzug angezogen? Sie fallen hier im Dunkeln auf wie ein weißer Elefant.« Tornot und Holmes halfen ihm auf die Beine, was Obergrunge wieder zu einem bissigen Kommentar verleitete. »Also ich kann mich trotz meines alkoholfreien Alkoholkonsums noch sehr sicher auf den Beinen halten.« »Ja, ja«, wisperte Dr. Watson. »Machen Sie sich nur über mich lustig. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.« »Wo sind wir hier überhaupt?«, erkundigte sich der Oberste unsicher und sah aus verengten Augenlidern herum. »Ich kann mich nicht erinnern, schon jemals hier gewesen zu sein.« »Psst!«, warnte ihn Holmes. »Beducken Sie sich, es kommt jemand.« Alle drei gingen hinter einem Busch in Deckung. Aus dem Labor, dessen Eingang sich in geringer Weite zu ihnen befand, kam ein weiß gekleideter Angestellter heraus. »Bitte«, flüsterte Obergrunge, der nun mit seinen drei Begleitern unter einem Busch auf dem Bauch lag. »Der trägt ja auch einen weißen Anzug.« »Ja, der muss sich aber auch nicht verstecken,« erklärte Tornut. »Hoffentlich haben wir sie nicht verpasst.« »Wenn?«, Overgrunge blickte zu ihm hinüber. »Na, die schuldige Person.« »Das glaube ich kaum,« meldete sich Holmes leise zu Wort. »Sie muss schließlich warten, bis wir alle gegangen sind.« »Mir ist langweilig,« malte Obergrunge. »Und Durst habe ich auch.« »Jetzt beherrschen Sie sich doch, Mann,« ermahnte ihn Tornut. »Da, jetzt kommt noch jemand aus dem Labor,« kommentierte Dr. Watson im Flüsterton. Eine weiß gekleidete Frau verließ das Labor mit einem großen Paket. Vorsichtig sah sie sich um und eilte dann die Straße entlang. »Wer ist denn das?«, wisperte Overgrunge neugierig. »Das werden Sie gleich sehen,« kündigte ihm Holmes an, stand auf und sprang aus dem Busch direkt vor die Frau in Weiß. »Kann ich Ihnen helfen, Miss Claxton?«, erschrak sie. »Nein, ich bin in Eile.« »Was haben Sie denn da in dem Paket?«, fragte der Meisterdetektiv und streckte schon seine Hand danach aus. »Das geht Sie gar nichts an,« kreischte sie. »Oh doch, denn darin befindet sich etwas, mit dem Sie wieder einmal die Öffentlichkeit schockieren wollen, denn ich glaube kaum, Sie nehmen sich Arbeit mit nach Hause.« Mit einem Ruck entriss entriss er ihr das Paket und öffnete es hastig. »Was fällt Ihnen ein? Dazu haben Sie kein Recht,« jammerte sie. »Oh doch, denn die Union hat mich dazu befugt,« eröffnete er ihr. Hinter ihm tauchten nun nacheinander Tornut, Overgrunge und Dr. Watson auf. »Dachte ich's mir doch,« triumphierte Sherlock Holmes. »In dem Paket befindet sich ein weiterer Arm. Wo wollten Sie den denn ablegen, Miss Claxton?« »Ja, das will ich auch wissen,« stimmte Overgrunge mit ein. »Und vor allem, warum?« »Das kann ich Ihnen beantworten,« posaunte Holmes aus. »Miss Claxton steht im Sold von Mrs. Crossford, die ihrerseits wieder dem ehrenwerten Mr. Borrodon mehr als zugetan ist. Sie will mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen, dass er der nächste Oberste wird. Daher hat sie sich das degutante Spiel ausgedacht. Habe ich recht, Miss Claxton?« Bedrückt nickte diese nur. »Wenn es ihr gelungen wäre, weiter unerkannt menschliche Ersatzteile an öffentlichen Orten zu platzieren, hätte das meine Wählerschaft natürlich so verunsichert, dass bei meiner Wiederwahl, das heißt, bei der nächsten Wahl dieser Unsympath Borrodon gewinnt.« Er kannte Overgrunge und ballte seine Fäuste. »Dafür werde ich Sie zur Verantwortung ziehen, Sie, Kriegmassenverteilerin.« »Aber, aber«, rief ihn Sherlock Holmes zur Ordnung. »Die Dame wurde vermutlich zu ihren Handlungen gezwungen. Wenn Sie jemanden zur Verantwortung ziehen wollen, so doch deren Auftraggeberin.« »Wie soll ich Ihnen nur danken?« hauchte Miss Claxton erleichtert. »Ihr Lächeln ist uns Lohn genug,« versicherte ihr Dr. Watson. Schnell entfernte sie sich, wandte sich nochmals kurz um und schickte einen Luftkuss in Richtung Holmes. Overgrunge verfiel in konvulsivische Zuckungen. »Ein unheimlich starker Abgang. Finden Sie nicht, Mr. Overgrunge?« neckte ihn Holmes, fuhr sich durch die Haare und richtete seine Krawatte gerade. »Aber Ihre Erfindung des alkoholfreien Alkohols scheint mir doch noch leicht verbesserungsbedürftig zu sein.«